Weiter geht's! Alles Gute hat einmal ein Ende. Freundschaften, äh, brüderliche Beziehungen, wie wir das zwischen Obi-Wan und Anakin Skywalker gekannt haben. Und auch nicht so gute Dinge haben irgendwann ein Ende. So wie dieses Spiel. Das war an sich nicht übel, aber verbuggt ist, eine nervige Kamera hat und... Naja, mit ein bisschen Glück ist es in den nächsten paar Videos vorbei. Aber, aber, guck mal, da ist ein Fragezeichen. Ja, da gibt's noch irgendwas. Ich will hier weg. Komm, lass mal laufen. Ich will Jaja töten, Moment. Ich will aber. Stirb. Ich geh dann mal. Dann töt ich dich. Nein. Doch. Bleib hier. Willst du heute Nacht bei mir im Bett schlafen? Ich hab ne Wohnung. Willst du heute Nacht bei mir im Bett schlafen? Wusste ich's doch. Das Ende der Jedi-Story. Dieses selbstherrliche... Episode 3. Die Rache der Shit. Äh, Sid. Mal wieder. Kapitel 5. Mal wieder. Das Ende der Jedi. Oder 66. Mit dem Befehl 66 Hetz-Platine. Die Klon-Krieger auf die Jedi. In allen Teilen der Galaxis ermorden die Klone daraufhin ihre Jedi-Generäle. Hier Scheune! Yoda und Obi-Wan Kenobi haben überlebt und eins im Jedi-Tempel der Texte schon wieder weg. Immerhin ist er diesmal da. Ja, also kommt diesmal. Stimmt. Oh nein. Ach wie süß. Oh. Hä? Yoda! Jetzt wird alles gut. Ach doch nicht. Scheiße. Hätten die dem nicht, ähm, das Teil dazwischen den Beinen auch rot machen können, das sieht irgendwie aus wie es wieder seine Unterhose oben drauf. Irgendwie glaube ich, die mögen uns schon mal nicht. Ich bin Yoda, ich bin Yoda und Yoda kann nicht sehr schnell laufen. Oh toll, ich wackele mit irgendwelchen Steinen rum. Guck mal da hinten, da hinten, da hinten. Juhu. Ja, was kommt da? Hilfe, wer seid ihr? Ich weiß nicht, du hast dein Schwert gezogen und schon kam böse Musik. Ich hab's kaputt gemacht, das ging einfach. Ich wollte eigentlich da hinten noch ein bisschen rumexperimentieren. Nein, du hast dein Schwert gezogen, dann kam böse Musik und dann war Ende. Guck mal, ich hab mir den Kopf abgehackt. Ja. Cool. Ja, Köpfe abhacken. Sorry, ich bin gerade voll auf Köpfe abhacken. Und blödrum springen. Da kann ich ja nur nix für. Eigentlich, Yoda, sollst du wieder schweben. Warum macht er das nicht? Und du sollst die Macht anwenden, du Erpel. Ach ja, ich muss ja das Schwert dafür wegtun. Du bist einfach zu schwach, lass mal den Meister an. Geht nicht. Nein, diese Steine tun nix. Die wackeln einfach nur. Warum kann man sie dann andingsen? Andingsen. Andingsen. Anmachten. Anmachten, ja, exakt. Das würde ich nicht... Okay, ich hab nix gesagt. Ich mach alles kaputt. Ich bin sehr destruktiv. Hallo. Ich wollte gerade sagen, ich komme von hinten, aber... Wie alle guten Dinge. Ja. Jetzt kann ich was bauen. Oder auch nicht. Ich kann wieder nur rütteln. Toll. Aber noch ein kurzes Urteilsdings zu diesem Spiel. Wenn man mal ehrlich ist. Ja. Ich find's irgendein... Boah, ich bin so mächtig. Ja. Was ich eigentlich sagen wollte... So. Was ich eigentlich sagen wollte war... Ich find es irgendwie scheiße in einem... Ja. In einem Zweispielerspiel, dass die Gegner ausschließlich auf den ersten Spieler losgehen. Der Zweite, weil das Gehen unbehelligt wird. Das finde ich... Du hast auch keine Ahnung, wo wir grad hin müssen, oder? Nein, woher? Haben wir hier irgendwas von Fens? Nein. Eher nicht. Vielleicht da hoch? Ja, wie denn? Na, da sind zumindest Münzen. Da, 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 da. Ich mache seltsame Geräusche. Warum mach ich das? Du moorst. Da, 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 bimli, da, da, da. Das war echt was. Kopf ab. Ach, ich find das toll. Nicht sehr kindgerecht, aber... Unterhaltsam? Für mich auf jeden Fall. Nein! Ist nix passiert. Nein, hat keiner gesehen. Ich kümmere mich mal um die. Oder auch nicht. Hallo, du sollst da hin hüpfen. Ich mag deine Verlässlichkeit in dem Zusammenhang. Das ist nicht gut zu steuern. Man muss sich das angucken. Die haben wieder auf mich geschossen. Ausschließlich. Ja, weil du ja auch machtest. Nein, weil ich Player 1 bin. Tja, die mögen halt Mädchen lieber. Kann ich verstehen. Geht mir genauso. Ja, grandios. Was auch immer ich da gerade getan hab. Hat's bestimmt vollgebracht. Äh, ja. Dann werden die Dinger hier grün. Ja, ja, das hab ich schon geschnallt. Ich meinte das davor. Diese roten Klötze. Die hast du frei. Damit hast du die Dinger freigelegt. Die Zahnräder. Kappa. Boah, die Kamera geht mir gerade auf die Nerven. Ja, die Kamera ist nicht gerade sehr schön. Vor allem die versteckte Gegner immer im Off. Das heißt, man kann die da nicht erreichen. Die einen aber schon. Also insgesamt. Ich muss ja mal das jetzt nicht holen. Insgesamt muss ich sagen, ich hatte relativ. Äh, ich bin weg. Insgesamt muss ich sagen, ich hatte relativ viel Spaß mit Lego Star Wars bis jetzt. Allerdings spätestens ab Episode 3 wurde es. Irgendwie hat Yoda totale Probleme mit einem Syndrom, das man mit Hyperaktivität verbindet. Und ich meine, ich hüpfe nicht. Ich laufe ganz normal. Das tut er automatisch. Ne, ne, was? Keine Ahnung. Flieg schneller. Ich hab keine Ahnung, wo sie hingeht, aber ich geh einfach mal. Aha. Herzchen. Hey. War ich nicht. Böse. Böse. Nein. Ach. Warum verschwinden die denn wieder? Diese Kamera ist schwul und steht auf Pferde. Dank an den Funk für dieses Zitat. Dank an den Funk. Ja. Ich bin so ein Poet. Ich mag den Funk. Funk holt. Hast du geschafft? Was war das? Ich bin mir nicht sicher. Die Kamera ist doof. Ich versuche dir zu folgen, aber leider verschwindet Yoda immer wieder. Okay, scheiß drauf. Ja, hast du es auch geschafft. Ja. Aber was habe ich geschafft? Ich habe irgendwas angemacht. Ja, nein, du hast dieses weiße Dings geholt. Ja, aber ich habe auch irgendwas angemacht. Deswegen diese komische Pseudo-Zwischensequenz. Sollst doch niemanden anmachen. Angemachtet. Ach so. Das ist was anderes. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Du bist so destruktiv. Ja, sag ich doch. Ich mag Sachen kaputt machen. Lass mich. Da, 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 da. Meins, 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 meins. Och, ne. Was? Was? What? Wie? Ich frag gar nichts. Ich nix mehr Stern. Und du kommst garantiert nicht mehr raus. Ne? Ich geh einfach mal. Tschö. Lass mich gehen. Geempfell. Ich bin vielleicht auch zwei. Lass mich gehen. Okay. Was zum Teufel. Warte, komm nochmal zurück. Nein. Hallo Shiva. Unser Kater ist gerade aufgetacht. Hallo. Ja, wolltest du den Zuschauern auch mal her sagen? Was zum... Äh? Was denn? Ja, was denn? Triffst du mich mit deinem Laserschwert da drin? Ne, hab ich auch schon versucht. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Das ist doch jetzt ein Scherz. Ja, ich hab keine Ahnung. Vielleicht kannst du da oben irgendwie hoch... Ich komm da nicht ran. Gar nicht? Nein. Scheiße. Kannst du sterben? Wie denn? Versuch dich zu töten, indem du gegen das Ding gehst. Das habe ich versucht. Und ich gehe hier an den Bildschirmrand und dann erscheinst du hier. Habe ich jetzt hier geschlossen. Nichts. Warte, ich geh mal dahin zurück. Und die Kamera kommt mit mir. Kein Dingsen. Okay. Ich mach dich tot. Ich mach dich tot. Halala. Aber mal ehrlich, das ist ein Bug, der nicht sein dürfte. Das ist... Das geht gar nicht. Jetzt kriege ich deine Kohle. Ja, ist mir relativ wurscht. Ich will da nur wieder raus. Ist das dumm. Sorry, aber sowas darf nicht passieren. Apropos, mach mal den Ton nebenbei ein bisschen lauter. Vielleicht ist das ein bisschen leise. Mein Finger ist da raus. Also sowas geht nicht. Mach echt jetzt. Nein, die wollte ich gar nicht aufsammeln. Ah, komm halt. So, lauf. Wieso? Wahrscheinlich muss ich mit Nullmünzen nochmal sterben. Nicht dahin gehen. Nein, nein. Ich werde mich hüten. Ich meine, das ist eine Form... Ich geh weg. Nein. Wieso? Wieso? Ich will nicht. Warte Sekunde, das kriegen wir hin. So.